Yo Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Und zwar gibt es heute ein kleines 3000 Abonnenten Special Ihr habt es gesehen, ich habe 3000 Abonnenten erreicht Dafür erstmal danke Nächstes Ziel ist auf jeden Fall 4 beziehungsweise 5000 Und das größte Ziel wäre 10.000 Und dann irgendwann mal 100.000 Wenn das möglich wäre, total Erstmal auf jeden Fall bleiben wir bei den 3000 Danke dafür Ich habe schon sehr lange YouTube gemacht Mach, ihr wisst es, jede Woche ein Video Hasselt richtig rein, gebt mir richtig Mühe Und wer mich auf Instagram verfolgt, hat auf jeden Fall schon mal gesehen Dass ich in der Story geschrieben habe, dass es ein Giveaway geben wird Und das wird es auch geben Dazu kommen wir jetzt Und zwar ist das Giveaway zusammen mit meinem Partner Sumacum Ihr wisst es, 10% Rabatt mit CodeNicker5 Besten Gaming Booster, krasse Zutaten Richtig heftige Shaker Die Shaker benutze ich fast jeden Tag im Fitnessstudio Also richtig, richtig gut shaken Vor allem der Pro Shaker aus Metall Brutaler Shaker Und was es auf jeden Fall zu verlosen gibt Es gibt 2x 20 Euro Guthaben für Sumacum Das heißt, wenn ihr bestellt, kriegt ihr 20 Euro auf Beziehungsweise wenn ihr auch irgendwas wie 20 Euro reinhaut Das ist komplett umsonnt Und seit gibt es auch eine Aktion, dass ihr, egal was ihr reinlegt Das Doppelte bekommt Das heißt, ein Gratis-Produkt Ihr müsst es auf jeden Fall außerhalb dieser Auktion hier gerade machen Weil sonst geht es nicht Aber jetzt zum Beispiel, ihr packt euch hier ein Sample-Pack rein Gebt den Code ein Und ihr kriegt komplett alles weg Oder ihr holt euch das für 50 Euro Und dann zahlt ihr nur noch 30 Oder halt, wie gesagt, ich würde einfach ein Sample-Pack nehmen Und vielleicht noch ein extra Shaker für 7 Euro Und dann zahlt man irgendwie nur 2 Euro für alles Und ja, das verlose ich auf jeden Fall Das heißt, 2 von euch kriegen 20 Euro Guthaben Für Sumacum Richtig, richtig krass Richtig, richtig korrekt Ich hoffe, ihr freut euch Und ja, wie ihr da mitmachen könnt Schreibt auf jeden Fall einfach einen Kommentar Mit eurem Instagram-Namen Abonniert meinen Kanal Aktiviert die Glocke Lasst einen Daumen nach oben da Und folgt mir auf Instagram Ist unten verlinkt Und hier nochmal eingeblendet Und dann macht ihr schon mit Im nächsten Video gebe ich dann die Gewinner bekannt Und dann könnt ihr euch alles bestellen, was ihr wollt Und dann war es das auch schon mit dem Video Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen Danke für 3000 Abonnungen Macht beim Giveaway mit Egal wer mitmacht Es wird auf jeden Fall random sein Ich los das live Und dann würde ich sagen, haut rein Leute Bis zum nächsten Mal Und ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal